Schaut Miraculous Ladybug im Disney Channel. Das haben wir rausgefunden, dank der Akkumatisierung von Chloé Bourgeois zu Miracle Queen. Ja, ich erinnere mich. Bürger von Paris befolgt Miracle Queens Anweisungen. Von nun an muss niemand mehr seine Identität geheim halten. Jeder, der mal ein Superheld war, kommt zu mir. Nach dem Tag habe ich Optigami erschaffen. Mein hübscher Amok, erwecke meine Kreation zum Leben. Optigami, ich bin Maiura. Sei meine Augen und enthülle alle Geheimnisse von Ladybug. Unter meiner Kontrolle ist Optigami jedem Miraculous Besitzer gefolgt. Leider sind sie nur normale Teenager, die ihre Zeit mit der Schule und außerschulischen Aktivitäten verbringen. Ja, manchmal vertraut ihnen Ladybug ein Miraculous an. Aber sie hat Regeln, die verhindern, dass irgendjemand ihre wahre Identität rausfindet. Sie zeigt nie ihr Gesicht, nimmt das Miraculous immer wieder zurück und stellt sicher, dass ihr niemand folgt. Nicht nur Optigami hat es geschafft, ihr zu folgen. Dieses Senti-Monster ist nutzlos. Im Gegenteil. Ich glaube, es wird uns dabei helfen, rauszufinden, wer sich hinter Ladybugs Maske verbirgt. Es gibt eine Schwachstelle, wenn die Besitzer ihr Miraculous zurückgeben. Da! Stell dir vor, Optigami versteckt sich in dem zurückgegebenen Miraculous. Es würde uns direkt zu Ladybug nach Hause führen. Das ist brillant. Aber wie willst du das anstellen? Ich brauche eine Veranstaltung, bei der alle Besitzer erscheinen werden. Und einen Superschurken, den Ladybug nur besiegen kann, wenn sie jemandem ein Miraculous gibt. Und ich weiß auch schon die richtige Person dafür. Ist das dein Ernst? Wo ist der Glitzer, den ich wollte? Du bist lächerlich. Äußerst lächerlich. Audrey, diese Idee war wieder mal beeindruckend. Äußerst beeindruckend, meinst du wohl. Welche Idee noch gleich? Der neue Award deines Magazins, die Mode-Ikole des Monats. Und es gibt keinen besseren Weg für die Einführung des Awards, als sie meinem Sohn zu verleihen. Ich kümmere mich sofort um die Einladungen. Ja! Piu-Piu! Piu-Piu! Ich wette, ich bin schneller oben als der Fahrstuhl. Max, stopp die Zeit! Fertig, los! Fahrstühle sind perfekt, um seinem heimlichen Schwamm näher zu kommen. Was? Nein! Was ist, wenn wir uns aus Versehen berühren? Ich will nichts überstürzen, okay? Ja! Piu-Piu! Piu-Piu! Wenn sie nicht sofort anfangen zu filmen, sind sie gefeuert. Aber wir müssen auf Alec warten. Er ist der Moderator. Lächerlich! Äußerst lächerlich! Optigami ist platziert. Ladybug hat keine Ahnung, dass ihre Niederlage auf Film festgehalten wird. Das ist das Sahnehäubchen. Nein! Malta war mir. Untertitelung des ZDF, 2020